Das ist alles in Ordnung, Marcel. Sollte ich den Kurs von deinem Bruder bestellen? Alles in Ordnung. Alles keine Angst haben. Ich denke, wir fühlen heute sogar. Das würde ich dir von deiner Schwester geben. Gucken wir mal, da ist was drin. Die war ganz happy. Die vermisst dich ganz doll aus. Ganz böse erzählen. Wie warst du die Brotsache? Alles eklig? Schön. Ganz doll im Leben. Super. Oh, ich bin satt. Komm her. Ich grüße dich. Ich habe vorhin schon mal gewähnt, wo ich dich gesehen habe. Wo dich gefreut hast. Was ist da draußen? Hast du deine Oma gesehen? Die Oma sitzt draußen. Wir waren alle zusammen nach Hause. Moin. Hast du dich gesehen, was du hier drin alles gemacht hast? Nein, einmal frei. Oh, mein Schatz. Ich habe dich so lieb. Wir sind alle, alle stolz auf dich. Von allen schönen Grüßen. Und machen weiter so. Bist du super? Das weißt du doch, nicht? Ich grüße euch immer. Das weiß ich doch mal, Johan. Das kommt doch nicht immer an. Das klingt das schon. Ich freue mich. Da muss die Hölle los sind. Ich darf nicht. Nominiert genau das Gleiche. Alex und Caro sind natürlich jetzt draußen. Und wie geht es dir so? Geht es besser? Einmal frei. Also zwei Wochen. Mein Magen, dein Schleim, Süppchen. Oh, ey, sieh doch. Wie ich sagte, wir fressen nicht mal die Schweine bei uns. Ja, mein Schatz. Mein WC gebrochen, alles. Ich habe alles schon durch. Nase, woher ich alles. Da haben wir doch alles schon mit einem, mein Junge. Ganz toll, mein Junge. Ganz super. Die zwei Wochen jetzt, die letzten, da, wo ich ganz schön ruhig, da habe ich oft dann draußen gedacht. Bleib so, wie du bist. Wo haben Sie, Herr Inka? Ja. Bleib so, wie du bist, mein Junge. Das ist ein bisschen stolz auf dich. Wow. Grüß dich immer am Fernseher, wenn ich sitze, ich wunke immer, ja. Dann erzähle ich immer mit dir, dann will ich dir immer was zu essen, kochen. Ja. Du hast auch immer auch gesagt, du erzählst, ob Opa, 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 Opa und alles. Ja. Ich habe das auch gesehen, wo der Oma kam. Ich wusste nicht. Das ist automatisch. Die denken doch alle drauf, ich bin ja übelst in Bembe. Ach. Also ich habe schon gequält. Wir haben alle, wir haben alle gewähnt. Alle, alle mit doch alle. Wir sind ja alle hier. Ja, ich bin ja Marcel und alle. Ja, alles für eine Grüße von allen. Ja, wir kosten doch alle. Alle, alle, die du so kennst, das geht allen gut. Und das ist wichtig. Marcel, dein Arm drücken da, das ist wichtig, dass es dir gut geht, mein Junge, dass ich dich mal sehen durfte. Oh, mein Schatz. Oh, schön. Ich bin schon vier Monate über drinnen. Ich bin echt, mein Junge. Also was sagst du zu meinem Board? Machen wir eine schöne Feier, wenn sie nach Hause kommen. Oh, eine richtige Board, du hast mit alle. Du hast die Wunderlucht. Und schön gesungen, habt ihr. Ganz herrlich. Ein Anzug, geil war. Oh, schön. Hast du dich doch hier heute heiraten? Hörlich, sehr schön, alles. Hörlich, sehr schön, alles. Wunderbar. Also, als wir schon gelacht haben, also ganz toll. Alles ganz toll. Alles in Ordnung. Ey, meine Fotos sehen total scheiße aus. Du bist dick da auf die Fotos. Ja, und das ist schon nicht schlimmer. Und jetzt, wie sagst du meine lange Haare? Schön, schön. Das ist das, was? Serafino, du hast das schön gemacht, ja. Huch, das ist schlaupt. Das ist jetzt, das Haargel, wir sind noch im reichen Bereich heute. Schön, hab ich da alles gesehen, immer noch gesehen. Schön. Okay. Du hast ja alles schon einen Gruß. Ja. Sag ich, ich denke jeden Tag an meine Jungs. Sie sollen krocki, scharri, sie sollen alles schon einen Gruß besteuern. Ich weiß doch, ob ich das draußen alles schon einen Gruß habe. Die ganze Meute, die sind alle noch da. Ja, da oben sind sie auch noch da, alle. Echt? Die waren nicht drin, die sind alle noch hier. Cool. Was sehen Sie, deine Mutti? Das ist meine Schwester. Ich sehe sie mal meine Schwester. Seit Jahren ist es schon wieder, oder? Sie drinnen, muss ich mal drücken. Mutti. Was ist da? Ja, das ist meine Schwester. Wo wir sehen, 10 Euro. Meine Mutti. Freut mich mal freuen. Ey, jetzt ist... Juppie. Schöne Grüße soll ich euch bestellen, alle. Dankeschön. Wir sollen alle so weitermachen. Und von meiner Mama allerdings. An mich? Ja. An uns alle. Danke. An mich von alle. Ein schöner Ochse, aber. Was hast du dir erzählt? Ja. Ey, ich sollte von der Bruno sagen, er liebt dich. Ja, das war geil. Alles. Mein nur.